Heyo, Wix hier zu einer weiteren Folge von Control und hier sind wir hier und heute geht es weiter und heute schauen wir mal, ob wir die Kühlpumpen reparieren können. Bams. So kann es dann doch gehen. Transformator. Der hat schon ein bisschen ein paar schwierigere Geschütze gehabt und war hinter mir. Okay. Aber Präzision rettet wieder mal. Eine gute Verteidigung. Forschung aufzunehmen. Testheim-Resort. Neue Mission. Eine gute Verteidigung. Schauen wir mal. Testheim-Tresor. Das Objekt der Macht-Tresor wurde mittels Objekten oder Materialen aus seiner nächsten Umgebung eine Barriere erzeugen. Weitere Verteidigung. Range hat der Behörde erhielten die Erlaubnis, schwere Geschütze gegen ein Antisobjektgebundene Paral-Utiliere einzusetzen, um die Haltbarkeit der Barriere zu testen. Und Hochgeschwindigkeits-Munition wurden mit getestet. Tests werden nach weitergeführt. Das Objekt der Macht-Tresor ist eindeutig ein praktikabler Kandidat für den Gebrauch im Kampfeinsatz. Es ist Paralitan zur Paral-Utilitarian oder so. Ich kann nicht lesen. Ich bin doof. Zu erlauben, an gewandelten Einsätzen teilzunehmen könnte ein Vorteil sein, über den es sich nachzudenken lohnt. Ja, wo ist der? Das ist die Frage. Wo ist die Sammelobjekte? Grenzbereiche. Das älteste Haus ist ein Ort im Fluss. Grenzbereiche tauschen ohne Vorwahlung auf. Aus der Grenzbereiche können wir erst beantworten, nachdem er sich manifestiert hat. Ja, gut. Das ist ja schon... Das wissen wir schon. Schriftverkehr. Unzustellbare Briefe haben wir schon gelesen. Ein paar... Da habe ich jetzt nichts gesehen. Multimedia haben was Neues bekommen. Grenzbereich Kinder. Astral. Okay, das war das. Das war creepy. Hotline. Northmoor. Northmoor. Hören wir das mal an. Northmoor. I never wanted his job. I never wanted power. Ich wollte es nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Northmoor war alles über die Macht. Ein Mann wie eine Explosion. Hübscher für Autorität. Für Ordnung. Für mehr. Bis es zu viel war. Ich musste eine Lösung finden in der Ende. Und unternehmen die Situation. Northmoor mich nie lief, aber er ging mit ihm. Er hat wirklich keine Wahl. Ich denke, am Ende des Tages, ein Direktor der Beste ist zu halten. Hier ist es zu Ihnen, Northmoor. Es gab keine Primes-Kandidaten in den Wings, aber ich war da. Es war das ganze Zeit. Ich habe meine Kopfschmerzen. Ich arbeitete meine Schmerzen. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe die Schmerzen aufgenommen. Ich habe die Schmerzen aufgenommen. Wie gesagt, ich war auf den Scheid vor. Und irgendwann schluss ich die Hände ab. Ich suche den Trainingskurs. Das machen wir vielleicht doch nachher. Weil wenn wir schon mal hier sind. Dann können wir mal das machen. Und dann wenn wir zurückgehen, können wir den Tresor holen. Hätte ich mal vorgeschlagen. Zumindestens. Bums. Da war ein bisschen Bums dahinter. Ähm. Boah. Jetzt können wir auch noch Raketen öffnen spielen. Toll. Ich bauch das mal. Okay. Dankeschön. Das Spiel schafft es, dass ich mich jedes Mal, wenn ich in der Airbag komme, nicht sicher fühle. Aber auch wenn ich zurückkomme, ist das manchmal nicht so sicher. Jede offene Fläche ist gefährlich potentiell. So. Ich mach das mal zu wieder. Wer weiß. Das sind die Sicherheitsräume hier. Puh. Okay. Was haben wir hier drin? Grenzbereich Überrest. Aha. Ich verstehe sowieso nicht, was es mit den Materialien auf sich hat eigentlich. So. Natürlich wieder mehr. Na wo sind die alle? Da kommen ein paar mehr. Na gut. Okay. Das funktioniert eigentlich immer gut, ne? Soweit. Ich dachte schon, das ist für deiner. Aber doch nicht. Es sind mehrere Ebenen. Hm. Natürlich. Oh, der ist mit Rüstung. Mit Rüstung müssen wir immer vorsichtig sein. Was ist denn noch einer? Wo ist der? Da. Oh Mann. Gut. Okay. Schon langsam komm ich ja so ein bisschen dahinter, wie das geht, ne? Hat sich das was geworfen, was ich gerade gemacht hab? Nope. Okay. Hat sich nicht ausgezahlt. Okay. Ich repariere die Transformatoren. Bringt sich das was, wenn ich das so mache? Oder ist das nur... Muss ich da noch höher? Oder gibt's mehrere? Ich bin mir nicht sicher Keine Ahnung Aber das ist ein Kontrollraum Hier komme ich nicht rein Nope Oh Da komme ich drüber Waffenmodifikation Da habe ich noch immer nichts zum freischalten Also bringt es mir ja eh nichts Okay Repariere den Trafo Was muss ich hier suchen Oder was brauche ich hier noch besser gesagt Oh Nun ja Wenn man dumm ist Muss man den Preis dafür zahlen Oh Gott Ich denke mir Hm Springen wir da mal runter Mal gucken Ja Ich dachte da ist Boden Kacke Jetzt muss ich das noch mal machen Ich bin so flau Das bin ich Wenn ich An Sachen denke Die Sinn machen Ja gut Na also Hm Doof Ich muss wahrscheinlich jetzt noch mal gegen Leute kämpfen Weil ich Ja natürlich Okay Okay Den habe ich schon fast vergessen Okay Ich hoffe, dass ich die alle wieder suchen muss Aber nein, es ist halt So Der weg Scheint mir so Na dann Die kommen hier nicht mehr Was kann ich hier machen? Ich weiß es nicht Gibt es hier was zum Wieder zum Einschalten Ich habe keine Ahnung Weil das scheint Hier geht es um Einschalten zu sein Keine Ahnung Na ja dann Sorry Wo sind die alle hier? Wo sind die schon wieder? Die Boys Wo kam der denn her? Muss ich schnell laufen? Keine Ahnung wo der ist Da ist er Na komm schon Ich dachte, dass du hier bist Okay Ja schon gut ist Wie kann ich die denn echt reparieren? WTF Ich weiß es nicht Reparieren Ich baue solche Dinge Solche Das macht Sinn Okay Dann geht es doch vorhin Naja, dann brauchen wir vielleicht doch ein paar für hier unten noch. Muss ich da auch nochmal runter gehen. Okay, ich habe es jetzt verstanden. Man muss sehr viel selber nachdenken. Verstanden, verstanden. Yep. Und weg mit mir. Habe mich jetzt nicht geworben, weil ich hier nochmal was bauen würde. Aber... Wir haben das zumindestens mal, ne? Also, schauen wir mal, wenn die Astralwerkstatt und Waffen formen und Dreh herstellen. 15.000, wow. Schmetterer herstellen. Oh, ich kann Sachen auf jeden Fall machen damit. Hm. Ich muss dann nur warten, was das hier noch so bringt. Aber ich brauche auf jeden Fall ein paar Sachen noch mehr, dann kann ich den Griff aufwerten. Was man auch immer das mir bringen soll. So, und jetzt mal, wie gesagt, auf G-Missionen. Jetzt kann ich das mal kurz wechseln. So, wie ich das verstanden habe. Und wir können unseren nächsten holen, ne? Also, ich gehe dann mal kurz zurück zur zentralen Wartung. Wenn das funktioniert, ne? Ah, Belüftung. Ah, hier unten. Okay, da hoch. Muss ich sowieso, also. Let's go. Zurück. Na dann. Ja, das kann schon gut sein. Aber wir werden mal in Trainings. Hier können wir jetzt rein. Hallo Toilette, ich weiß, dass du hier bist. Aber wir können laut dem jetzt nach links. Können wir ja. Na dann, na dann, na dann. Wir sind bereit, maybe. Hoffentlich. Schön, okay. So, so, I, I just read this. Welcome to the Ranger Field Training Course. The course must be completed in this specified amount of time. When you're ready to start, press the button. Is that all, or? Oh, falsche Tür. Natürlich. Natürlich. Was ist denn auch sonst? Ja, weil ich hier immer so schnell bin, noch. E, B. Ja, ja, chill. Chill doch mal deine Titten. Wie komme ich hier hoch? Gar nicht. Oh. Ich bin dumm. Naja. Sterbe ich jetzt? Weil ich es nicht schaffe? Ich glaube schon mal. Okay, das wird dann doch vielleicht schwieriger als Gedanke haben. Okay. Das ist also der Kurs. Wir müssen den abschließen. Und das wird knapp. Okay, ready, Ranger. Kurs startet in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Das war kacke. Oh, eh. So. Und so. Und. So, so, so. Dann haben wir hier das und das. Das. Ähm. Harder Hitting, okay. What's up. Schauen wir mal, was Harder Hitting heißt, in dem Fall, ne? Ich sieh's. Aber was kann ich hitten? Was kann ich nehmen? Um das zu hitten. Plastikbaumprozedere. Okay, halt nicht. Äh, F. Lebensschub. Ah ja. Ich weiß nicht, mit was ich das hitten soll. Und F. Na dann. Sorge, dass Objekte macht. Wie kann ich noch mal schild... Wie kann ich überhaupt schilden? Cool. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Oh. Na dann. Lass uns mal gucken. Haben wir es geschafft? Bin mir nicht so sicher. Na doch, scheint so. Okay. Oh, ach du heilige. Ich gehe mal vorbei, na? Meine Herren. Na ja, I don't care. Bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. So. Ich würde mal sagen... Jetzt auf zu den Kühlpumpen. Auf jeden Fall mal eine Hilfe wieder. Das wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn ich hier langsgehe, dann passt das. Oh. Das habe ich noch nicht aktiviert. Spätestens jetzt. Das trifft es genau richtig. Fähigkeiten. Ich habe wieder Fähigkeiten, Punkte zu verteilen. Schild. Stärkerer Schild. Schade hat es ihr nicht. Soll ich nur mit der Rai? Mehr Schleuderschaden. Oder mehr Leben. Ach, mehr Leben. Nächstes sind Schleuderschaden. Okay. Wieso habe ich das nicht gesehen? Das... Wieso kann ich da nicht rein? Es kann auch sein, dass wir hier langs... ...rein müssen. Oder eben vom Hausmeisterbüro. Das natürlich auch sein kann. Also mal gucken. Was am wahrscheinlichsten ist. Hier haben wir noch was übersehen. ein kommendes ODM. Schauen wir mal. Ob wir von hier drüber kommen oder ob das eher unwahrscheinlich ist. Mal gucken. Okay, links. Hey. Get up. Okay. 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 ich musste hier gerade und dann links hier ist aber kein links ja das ist belastend tja dann muss ich wohl den anderen weg nehmen so wie es ausschaut naja oder ich bin einfach doof kann natürlich auch sein weil hier ist halt sonst nichts absolut gar nichts na dann müssen wir halt links isch also einmal rundherum ja einmal links isch hier rüber was ist dann was ist das denn das ist creepy da ich glaube die dinge sind mega creepy dankeschön echt ganz nett von dir super toll das schaut auch wie eine nette area aus wieder mal liebe geht draußen diese area da drinnen das ist das ist das das ist das das ist das wo sind die denn die boys das ist das das ist das das ist das eine Ich glaube so fast nicht. Schaut aber erst mal gut aus. Oder willst du mich reinziehen weiter? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich würde mal den Kontrollpunkt zaubern. Kontrollpunkt gesäubert. Das ist schon mal gut. Mehr kann ich jetzt auch hier nicht machen, nochmal. Puh. Gegen das Land des Wartes. Muss ich auch nochmal gucken. Hauserinnerungen brauche ich noch ein paar. Eine, um genau zu sein. Eine Hauserinnerung noch. Wo auch immer ich die herbekomme. Furnace Chambers. Ja, da bin ich jetzt, glaube ich, noch nicht rein. Und Cool Pumps. Ich würde mal sagen, das behalten wir uns für nächstes Mal auf. Weil, ja, ist ein bisschen kürzer als sonst. Aber hey, was soll's. Danke fürs Zusehen. Wir werden die Dinge ein bisschen schneller erledigt bekommen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und spielt schon brav weiter. Bis zum nächsten Mal.